Ich war jetzt in den Medien, in den deutschen Medien, in den deutschen, aber auch im österreichischen Fernsehen, in der Schweiz, in der Schweiz, in der Schweiz, auch in Amerika, in der Schweiz, auch in Amerika, in der Schweiz, in der Schweiz, auch in Amerika, in der Schweiz, in der Schweiz, in der Schweiz, auch in Amerika, in der Schweiz, in der Schweiz, in der Schweiz, in der Schweiz, auch in Amerika, in der Schweiz, 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 in der Das ist genau die Scheisse auf die Fuck Up! Das ist genau die Scheisse auf die Fuck Up! Auf die Fuck Up! 80.000 Abonnenten, 80.000 Abonnenten, aufgerundet, das ist eigentlich lächerlich wenig, wenn man bedenkt, was für Wellen es geschlagen hat. Und auch, wo man bedenkt, 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 wie viel Auflösung kann ich tatsächlich bekommen. Ich meine, welcher YouTuber mit knapp 80.000 Abonnenten kann und auch Abonnenten, das ist sowohl im deutschen, österreichischen, als auch in den amerikanischen Fänzen zu sehen. Das ist genau die Scheiße auf die Fuck-Up! 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 Das ist genau die Scheiße auf die Fuck-Up! 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 RTL RTL 57 ARD ARD Untertitelung des ZDF, 2020